Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eurotrack Simulator 2 Multiplayer. Wir sind ja auf der Fahrt. Wir fahren ja im Moment nach Rotterdam Leere Paletten. Oh, stopp, stopp, äh, blöder Timer. Ja, pff, egal, wir fahren einfach. Ich glaube, da die Tour echt relativ kurz ist, fahren wir davon mehr, äh, fahren wir davon, äh, fahren wir danach noch ein oder so. Ja. So, warum wird der Typ hier eigentlich, oh, da oben fährt ein TGV. Ah, schöne Züge. Warum wird der Typ hier eigentlich niemals müde? Na, du bist bei euch, na, du bist bei euch, will ich aber auch nicht. Robber. Boah, Sand fahren kann ich. Ich will auf keinen Fall nach Duisburg. Oh, scheiße. Guck dir mal an, was da unten alles gerade ist. Oh Gott, stimmt ja, Duisburg. Boah, bin ich froh, wenn ich, also, na, Duisburg. Wirklich, Leute, wenn ihr auf Zoom, auf Servern seid, äh, im ETS, nicht Duisburg. Duisburg ist eine der schlimmsten, ist also wirklich die schlimmste Stadt, ey. Total voll, die ganzen Tag. Ey, wirklich schrecklich, ey. Ich probiere das auch nicht mehr. Hab das einmal probiert. Und dann nie wieder. Dann hab ich dann nämlich, ich bin, hab das gemacht. Wollte raus. Gab nicht. Hab's dann ein bisschen, hab dann einfach den Speicherstand geladen, im Singleplayer. Hab dann im Singleplayer die paar Meter gefahren. Wieder gespeichert, bin in den Multiplayer gegangen, hab das geladen. Und bin dann Multiplayerweise gefahren und kam dann weiter. Weil die in Duisburg nicht klarkommen, rauszufahren aus der Stadt. Das ist schrecklich. Und die denken immer, es gibt nur einen Weg aus Duisburg. Rausquetschen. Immer schrecklich. Deswegen, ey. Duisburg fahr ich ungern. Fahr wieder auf den nächsten. Deswegen vielleicht wirklich ultra gelber, hier unten irgendwie, irgendwie nicht so deutsch, ja, Deutschland ist, aber eigentlich auch gut zu fahren. Und wenn jetzt. Naja, stimmt. Der Meer, die Mischendel, Hochwasserschutz von Holland, äh, von Nieren. Mach der Typ wieder voll los. Ich kann halt auch während der Fahrt. Ja, Junge. Und während der Vollfahrt. Oh. Oh, kann ich nicht. Schade. Pff. Ich hab's zwar, hab's versucht. Ganz einfach, ich hab's versucht. F12 dabei gedrückt. Hab ich F12 belegt? Ne, hab ich nicht. F10 und F9 hab ich belegt. Aber nicht F12. Hab ich froh. Ich hab hier jetzt irgendwas getippt, äh, angetippt, weil ich nicht will. Ach. Wir sind schon in Rotterdam, ey. Ja, relativ kurz. Danke fürs Zusehen. Nein, natürlich nicht. Wir machen weiter. Wir fahren noch. Ein bisschen weiter. Autos. Autos. Mh. Ach, schon mit dem Job hier verdienen wir aber trotzdem nicht so viel Geld. Oh Gott. Römer. Um uns ein Auto zu holen. Wir wischt aber nicht mehr. Römer. Römer. Ja. Werner. Römer. Oh scheiße. Alter. Ja. Leck doch noch mehr. Rotterdam ist. Ist so räudig. So räudig. Wie meine Bremsen fahren jetzt bloß nicht rein. Du Volltrottel. was habe ich ja habe ich gerade gesagt wollen wir bloß nicht doch die ampel auch die geht sogar nicht ich muss eh nicht auf die ampel ja fahr vorbei fahr doch uns aber rüber genauso wie du wo ich abbremse absoluten lkw zum stehen gebracht ja bringt gerade nichts ich muss auch rüber und hier rein ja immer nachdenken wenn man das will ich erstmal abgeben bevor hier ja irgendwie spürges gemacht wird ach ja stimmt der ist ja nicht in der nukulin haha er geht ja nicht mehr in den nukulinsohn oh scheiße roba 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 geht das noch naja ja stopp 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 ja wir kommen austral passt jetzt die e mail aus den schulden auftrags auftrag gucken ich glaube oh man nach karte will ich nicht wo sind auftrag wenn mittels mega geil brennstoff brennstoff nach wird das machen war brennstoff nach nürnberg ich will auf jeden fall brennstoff weg fahren passiert jetzt zwar nicht jetzt nur in der folge sondern auch in den nächsten aber interessiert mich nicht brennstoff wird verfahren und wir fahren dann wird da könnte man ja eigentlich man ganz schlau ist die ganze zeit den brennstoff hinten raus holen und dann für sich selber nutzt aber jetzt fährste jetzt fährste du voll nuss eigentlich muss runter gott sei dank so lange habe ich eine andere richtung als du war noch schneller so schnell wie ich aber auch bau bitte nicht egal dass der rat ist der ratter liegen gebiet ja 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 kommt da alles gerade raus ich habe hier meine auftrag nur ab ja ich schon mehr so einleiten ab stop ne 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 möchte mal neu anfahren das passt doch war du nervst mich gerade wenn ich jetzt sind drin oder du ich bin drin ja ich kann mittlerweile jetzt nicht mit dir in dir fahren und mit dir mit dir will ich auf keinen fall in dir will ich auch nicht fahren oh scheiße das wird jetzt eine wunderbare fahr scheiße leute boah ja fahr ich jetzt mal auf die straße auf dem bürgersteiche weil ich angepisst bin wo fährt der da rein was hat der da gemacht ich muss auf die autobahn ah geht doch fahren wir mal auf die autobahn müssen dann sogar direkt runter verarscht mich doch nicht da fahren wir sogar über den schnee wenn mich so weit anpisst ich bin doch nur schnell fahren 100 ja endlich mal und licht ist an schön schnell so sobald einer zurück wo mich auch her ich habe keine lust mehr so viel zu hoffen auf einmal auch auch ich habe aufs händige rufen über die zeit noch äh schon steht ja freiz doch mal als wenig flughafen oder sowas ja alles wieder so was und runter ich war mal im Monat 3 nee war ab 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 aber auch hier war ich zu kaufen ne 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 ist nicht hier ich habe keine ahnung mehr doch hier ist der erst schon so lange nicht mehr in die strecke gefahren egal fahren wir nach nürnberg was fahren wir treibstoff nur den tank fahren wir wir fahren nur den tank er hat mich gefreut auf auch auch das ausliefern davon zwar zankes des treibstoffs wieder runter der will glaube ich runter oder ich nehme mich nicht ich möchte auf der autobahn bleiben ich werde auch auf der autobahn der will glaube ich runter nicht so wie ich fahr vorbei oh god oh god oh god oh god oh god fahr fahr zieh runter zieh rein holligend amsterdam dass unab Lou das klingt aber schnell oi restaurat oi oi spra Suzda was machst du denn da wie bremst du denn Ach so, lege das Tempo runter. Oh Gott, hier geht das Tempo richtig runter. Hat der Typ da vor mir, aber recht, leider. Ich fahr gern trotzdem Tempo. Alter, ich hasse Amsterdam. Ich fahr ja hier wie ne Oma auf der... Oh, ey, ich fühl mich nicht mit nem Truck grade. Ja. Wie ne Oma, ey. Boah. Ging grad so schnell, ey. Ja. 100. Das ist mein Tempo. Nicht irgendwie... Ach, 8.000 Kilometer. 1.800 Kilometer schaffe ich nur mit dem Ding, mit dem Sprit. Das ist gut. So. Auf einer Nürnberg. Äh, Nürnberg. Als... Als würde irgendein Tourist sagen. Nürnberg. Nürnberg. Nürnberg ist irgendein... Ist ne andere Stadt. Oh Gott, ich muss überholen, Junge. Oh Gott, der mir fällt noch einer. Ja, nee, dann sortier ich mich ein. Ich sortier mich ein, der mir fällt noch einer. Der will überholen. Wir wollen grad bald, wir wollen grad zwei überholen. Der kann auch überholen. Alter, wir wollen grad voll viele überholen. Hier ist grad wie ein Konvoi. Ne, was Spaß. Ah, ich muss eh runter. Kann ich von der Autobahn. Ich muss Richtung Köln und liege. Ach, das heißt, ich muss runter. Und Richtung Köln und liege. Oh nein. Das machen wir jetzt schon. Das tut mir jetzt schon. Wirklich. Die. Die Winkel. Meine Mundwinkel nach unten. So. Und auf der. Autobahn. Boah. Ich zieh schon mal rüber. Damit der rüber ziehen kann. So. Immer freundlich sein als LKW-Fahrer zu Kollegen. Ist immer gut. Oh Gott, was macht der Typ wieder? Ach, der wollte jetzt das überholt hören. Oh Gott. Oh Gott. Ich fahr noch. Ich muss doch noch. Boah. Ich komm den Berg nicht hoch. Nimm mich doch am Arsch. Boah. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn der nur mal so zurückklickt, ey. Dann hab ich nen Arsch. Hab ich nen richtiges Problem. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. wie sieht es eigentlich aus mit lieferung hier sieht gut aus wir fahren noch macht er denn da macht er denn da fahr doch jetzt fahr ich ein bisschen schneller macht er denn da lebensgefährliches fahren doch scheiße wenn man sich wieder verkehr davon läuft seit ihr duisburg schrecklich alter läuft aber muss man sagen da oben das ist butterweich ich möchte auch niemanden irgendwie rammen das ist nicht immer blöd kein zurückrufen egal wusste man eben nicht ja ja der typ hier vorhin den kannten wir noch ich fahr gleich bei den hier vorne runter fahr 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 doch fahr ich fahr jetzt hier runter war wer die grenze weise wir sind jetzt kurz mal gucken deutschland ja kenn ich deswegen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal euer ebi fabian tschüss 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 Vielen Dank.